Die Sache ist nie Die Sache ist die Wenn man irgendwas anstellt und gar nichts passiert Was hat das zu bedeuten? Was bringt das eigentlich? Ja, ja, bitch! Sollte ich also damit aufhören Zu urteilen Und alles akzeptieren? Also ganz egal, was ich mache Hurra auf mich, denn ich bin hier so voll, okay? Und alles ist gut? Egal wie viele... Nicht bitte, ich muss das nur Irgendwie abspeichern Und akzeptieren Aus welchem Grund ich vor allem hier bin? Eigentlich will ich euch nett verkaufen Ihr seid für mich nichts anderes als Kunden Und dich habe ich nämlich voll verarscht Ja, 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 ja Bis zum nächsten Mal.